Das Video endet, wenn du dich bewegst. Wer, okay. Wer hatte, wer hatte die glorreiche Idee? Und wieso sucht meine Regie diese Idee genau raus? Wenn ich gerade mein Mikrofon am einstellen bin. Bruder, ich fühle mich so, als würde ich irgendwas anderes in der Hand halten, ja? No more. Was? Das wollt ihr sehen. Das ist der Conte, den ihr sehen wollt. Reden darf ich. Augen bewegen darf ich. Aber ich darf nicht meine Arme oder meinen Kopf drehen oder sonstiges. Das, okay, gut, dann machen wir es halt so. Ich werde das unendlich schaffen. Das ist, ey, das Video wird jetzt 20 Minuten dauern, das ist euch schon bewusst, ne? Ich werde halt absolut mich nicht bewegen. Was machen wir denn jetzt in der Zwischenzeit, hallo? Habt ihr eine Story oder so? Irgendjemand? Wer will mir dabei zugucken, wie ich mich nicht bewegen darf? Was ist denn los mit euch? Echt egal. Hallo, mir ist langweilig. Digga, mir ist jetzt schon langweilig. Können wir die Musik mal ein bisschen ändern? Können wir wenigstens coole Musik haben? Hallo? Nein, nein, nicht so ne Musik. Nein, nicht so ne Musik. Nein, nicht so ne Musik. Hallo? Es ist so gut. Es ist so unglaublich gut. Meine Arme tun weh. Kann ich. Heise rieselt der Schnee. Sag mir, am eh. Oh nein, ich hab mich bewegt. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you.